Mit einer 100%igen Quote von zwei Siegen in zwei Spielen in der EHF-Pokalgruppenphase gingen die SCM-Handballer am 27. Februar in ihr zweites Heimspiel. Der Gegner? Die Mannschaft von BM Granuliers, immerhin Tabellendritter in der spanischen Liga. Beeindrucken lassen wollte sich der SCM davon sicherlich nicht, vor allem nicht Geburtstagskind Nemanja Selenowitsch. Er durfte sich auch als Erster in die Torschützenliste eintragen, 1 zu 0 nach drei Minuten. Im direkten Gegenzug bewiesen auch die Spanier ihr Können, 1 zu 1. Die Partie war in der Anfangsphase offen und umkämpft. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Der SCM legte zwar immer wieder vor, die Spanier blieben aber dran. Yannick Grin im Tor ist noch chancenlos. Wie wach und gefährlich die spanische Deckung ist, erlebten Michael Damgaard in der 9. Minute. Ein erfolgreicher Block und schon läuft der Gegenstoß zum 5 zu 4, die Spanier führen. 14. Minute. Granuliers mit zwei Toren vorn. Auftritt Yannick Grin. Der Däne zeigt seit Wochen gute Leistungen. Auch gegen Granuliers sollte er ein wichtiger Faktor in der Magdeburger Defensive werden. Vorne läuft es jetzt besser. Robert Weber kann sich immer öfter in Szene setzen. Hier schickt ihn Marco Besiak auf die Reise. Und Robert vollendet zum 10 zu 9 die erneute Führung für den SCM. Gästetrainer Carlos Viver greift zur Auszeit. Viel Erfolg wird sie nicht zeigen. Auch im Anschluss hält der SCM seine Führung und schickt in Minute 26 Marco Besiak Richtung Granuliers-Tor. Schrägsekunde auf der Bank und in der Halle. Der Spielmacher bleibt angenockt liegen. Ein Cut über dem rechten Auge. Für ihn geht es erstmal auf die Bank. Seine Mitspieler lassen sich auch davon nicht beeindrucken. Jens Schöngart trifft zum 16 zu 12. Magdeburg zieht jetzt davon. Die deutliche Führung geht auch auf das Konto von Yannick Grin. Immer wieder rennen die Spanier an. Immer wieder hält der Däne. In der 30. Minute ist dann auch er machtlos. Ferran Solé-Salat trifft per 7 Meter zum 14 zu 16 für die Spanier. Danach geht es auch für die 3.903 Zuschauer in die Halbzeitpause. Besonders laut wurde es in der etwas mehr als halbvollen Halle auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht. Dafür machten die Mannschaften aber da weiter, wo sie aufgehört hatten. Janik Grin pariert einen Angriff der Spanier. Und im Gegenzug netzt Robert Weber trocken ein. Das 17 zu 14 für den SCM. Frisch getackert und mit blauem Verband steht kurz darauf auch Marco Besiak wieder auf der Platte. Wirklich packend ging es in den Folgeminuten nicht zu. Bis sich dann Finn Lemke ein Herz fasst, nach vorn marschiert und eiskalt versenkt. 20 zu 17, auf einmal ist wieder Stimmung in der Halle. Die Magdeburger setzen sich jetzt immer weiter ab, werden aber auch nachlässiger. Beim Stand von 27 zu 21 trifft Yves Grafenhorst zwar, stand aber unnötigerweise im Kreis. In Minute 50 darf dann auch Zierko Musa vorne zeigen, was er drauf hat. Der Abwehrspezialist trifft zum 28 zu 21, eine komfortable Führung. Da kann man dann auch schon an das nächste Spiel denken und Stammkräfte schonen. Vincent Sohmann ersetzt ab Minute 52 Yves Grafenhorst. Kurz darauf diese Szene. Robert Weber gerät mit der Nummer 8 der Spanier aneinander und wird beim Zweikampf in die Bande gedrückt. Rudelbildung ist die Folge. Beide erhalten zwei Minuten Strafen. Robert wird im Anschluss ebenfalls schon für das nächste Spiel geschont. Nicht vorbei war der Arbeitstag für Marco Besiak, der weiterhin ordentlich einstecken musste. In Minute 54 geht er erneut zu Boden, sehr zum Unmut vom Trainer Bennett Wiegert. Es gab aber Entwarnung, der Spielmacher konnte problemlos weiterspielen. Für die endgültige Vorentscheidung sorgte in Minute 57 dann wieder unser Geburtstagskind, Nemanja Silenowitsch, mit einem Robert-Weber-Gedächtnistor. Von rechts außen 30 zu 26. Den Schlusspunkt durften die Spanier setzen und trafen kurz vor Schluss zum 28 zu 32. Damit gewinnt der SCM und hat nach drei Siegen und sechs Punkten ideale Voraussetzungen, um das Viertelfinale im RAF-Pokal zu erreichen. Europa Cup-Spiel Nummer 3 für den SC Magdeburg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was war das für ein Spiel aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben das jetzt bekannt schwieriges Spiel angenommen und wir sind doch schwierig reingekommen, haben dann aber den Kampf angenommen. Haben uns, glaube ich, ab der 20. Minute gefunden gehabt, sowohl in Abwehr als auch in Angriff. Haben es ab da an auch dominiert, haben es zum Schluss vielleicht nochmal unnötig spannend werden lassen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir hatten es die ganze Zeit bis zum Schluss dann, gerade in der zweiten Halbzeit im Griff. Der SC Magdeburg scheint auf gutem Weg zu sein. Das Bundesligaspiel am letzten Mittwoch hat es gezeigt. Heute der nächste Erfolg. Wie wohl fühlen Sie sich momentan? Ja, ich hoffe, der Schein trügt nicht. Wir müssen weiter viel tun, wir müssen weiter viel arbeiten. Ich bin immer noch der Meinung, harte Arbeit wird irgendwann belohnt. Zurzeit belohnen wir uns, wollen wir da einfach weitermachen. Marco Beziak hat ja einiges erleiden müssen. Wie haben Sie das gesehen? Platzwunde in der zweiten Halbzeit hat er trotzdem spielen können. Wie geht das? Also ich dachte, er kann nicht mehr spielen, weil ich habe die Platzwunde gesehen. Die war schon relativ tief und groß. Der wurde jetzt getackert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also ich denke, ich bin im Kopf schon weiter. Wir haben jetzt noch interessante Spiele am Mittwoch in Baling und dann in Grenouliers. Ich weiß nicht, ob es dafür reichen wird, weil wahrscheinlich wird man es nähen. Wundheilung zehn Tage mit Fäden ziehen. Ich lasse mich da überraschen. Aber er hat das sehr gut gemacht. Ich bin da sehr froh. Er hat unserem Spiel sehr gut getan heute. Ich finde auf jeden Fall, wir haben uns ein bisschen unstabilisiert hinten. Und das macht das auch einfacher als Zorhüter da hinten zu stehen. Weil dann weiß man so ungefähr, von wo die Würfe kommen und so. Und das mag das einfacher. Es waren jetzt wichtige Punkte, wichtige Siege. Und vor allem wichtige Siege für uns, für unser Gefühl. Und so kann es weitergehen. Du hast gerade davon gesprochen, für das Gefühl. Was war das für ein Gefühl, als die Halle dich gefeiert hat bei deinem Tor? Ja, ich freue mich natürlich über die rege Unterstützung. Das ist natürlich merkbar und erfreue mich natürlich riesig. Nichtsdestotrotz war die Unterstützung die ganze Zeit heute super. Das ganze Spiel über, nicht nur bei mir, und da muss man einfach mal die Fans auch heute herausstellen. Für Finn Lemke hieß es am Montagnachmittag übrigens nicht Training, sondern Pressetermin im Rathaus. Als einziger Magdeburger Europameister wurde ihm die Ehre zuteil, sich in das goldene Buch der Stadt einzutragen. Dann kann man sich hinplätzen, tun wir mal besser ran. Rechts, hinter ist es. Ja. Schön. Ich kann den Namen zeigen, kann auch mehr schreiben, die man vor der Lust hat. Oberbürgermeister Lutz Trümper als passionierter Handballfan war nicht nur beeindruckt von der Leistung des gebürtigen Bremers, sondern auch froh, ihn hier in Magdeburg zu haben. Ja, da ist man natürlich sehr stolz. Wir haben ja schon viele Erfolge in Magdeburg im Sport gefeiert. Im Handball und im Fußball, aber auch im Handball natürlich die ganz großen Siege, Champions League Sieg, deutsche Meisterschaften, ERF-Cup-Sieger. Aber jetzt ein Europameister, das war in meiner Zeit, glaube ich, noch nicht. Und da sind wir auch stolz, dass wir einen Magdeburger haben, der dabei war und der auch eine besonders gute Leistung gebracht hat. Er war ja einer der wesentlichen Spieler, die in der Abwehr dafür gesorgt haben, dass dieses Tor sozusagen auch gemeinsam mit dem Torwart freigehalten wurde von gegnerischen Toren.